Woa! Haha! Nein, der Boss! Jo Leute, was geht? Dieses Video habe ich einfach nur aus Spaß gemacht. Also wer viele Effekte nicht abhaben kann, der kann direkt abschalten. Und ich denke, man kann es sich trotzdem anschauen. Viel Spaß, wir sehen uns! Ich fache ihn noch! Aaaaaah! 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 Haha! Aaaaaah! Aaaaaah! it sets anymore it sets. thats Aaaaaaaah! I aaaaaàh Das war's für heute. Jo Leute, sorry für dieses behinderte Video, aber da hatte ich einfach mal gerade Bock drauf. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Neben mir geht's zu meinen letzten Videos. Kleine Info zum Schluss noch, ich hab ein neues Programm runtergeladen, mit dem ich jetzt erstmal klarkommen muss. Auf jeden Fall geht's dann später besser weiter und bis dann sag ich auf jeden Fall, wir sehen uns. Ciao.